Zu Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen, um Holz auf einem Schlitten zu holen. Und wie er das Holz zusammengesammelt hatte und schon auf seinen kleinen Schlitten aufgeladen hatte, wollte er noch nicht direkt nach Hause gehen, sondern weil er so erfroren war, wollte er sich ein kleines Feuerchen machen, um sich daran zu wärmen. Und wie er so den Schnee zur Seite scharrte und den Erdboden aufräumte, da fand er doch einen kleinen goldenen Schlüssel. Oh, dachte sich der Junge, wo ein Schlüssel ist, muss ja auch ein Schloss dazu sein. Und er grub in der Erde und fand doch wirklich ein kleines, eisernes Kästchen. Ah, wenn der Schlüssel bloß passt, dachte sich der Junge, bestimmt sind da kostbare Sachen in dem Kästchen. Er suchte nach einem Schlüsselloch, aber da war gar keins. Er suchte und suchte und schließlich fand er eins. Aber das war so winzig klein, dass man es kaum sehen konnte. Der Junge probierte. Der Schlüssel passte. Und jetzt müssen wir warten, bis der Junge den Schlüssel ganz herumgedreht hat, das Kästchen aufgemacht hat. Und dann können wir erst wissen, was in diesem kleinen Kästchen lag. Ach, aber wer weiß, wie lange das noch dauern wird. Ach, ich weiß es nicht. Da müssen wir noch ganz schön lange warten. Vielleicht können wir in der Zeit ein paar Märchen und Geschichten hören. Ich weiß es nicht.